Ja, es ist letzter Test vor der Meisterschaft. Ich glaube, dass man auch den Jungs gegenüber gerecht sein muss und denen die Möglichkeit geben muss, mich zu überzeugen, somit, dass die dann am Freitag dort in der Startformation stehen. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit sehr dominant waren, dass wir besser als Gegner waren, mehr Torchancen hatten. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir sehr viele Jungs haben, die mit sich noch mehr zu tun haben, die gerade aus der Jugend kommen, die sich an Männerfußball gewöhnen müssen, auch wenn es jetzt eine U23 von St. Pauli war. Ich glaube, dass es keine einfache Aufgabe ist, aber man muss schauen, dass man die Jungs auch vom Kopf her so weit hinkriegt, dass sie einfach leistungsfähig sind. Ja, ähnlich wie viele andere. Ich denke mal, dass wir in der ersten Halbzeit nicht da waren, nicht präsent waren, nicht in den Zweikämpf waren, zu weit weg waren, nicht griffig waren, zu viele Fehler gemacht haben im Spielaufbau, weniger Spielkontrolle als der Gegner. Also mit der ersten Halbzeit haben die Jungs auch in der Halbzeit gesagt. Ich war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden, weil die eine Woche zuvor gegen Berliner AK ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben. Dominant da, kombinationssicher, alle Aspekte waren da drin. Und heute waren sie wie verloren in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, gut, zwei Wechsel vorgenommen. Zweite Halbzeit war besser. Wir sind dann langsam reingekommen, sehr langsam. Und haben uns aber auch gesteigert innerhalb der zweiten Halbzeit. Und ich denke mal, dass das Unentschieden vollkommen verdient war. Nach 90 Minuten Hertha in der ersten Halbzeit Vorteile wie in der zweiten Halbzeit Vorteile. Und nach dem 1-1 haben wir auch noch die Möglichkeit gehabt, das 2-1 zu machen. Das wäre vielleicht zu viel, weil die beiden Mannschaften haben sich heute egalisiert. Und ja, beides gute Mannschaften bei diesen Temperaturen. Meine, ich konnte nicht so komplett durchwechseln wie der Gegner. Meine haben gut gearbeitet. Und entscheidend war, dass sie in der zweiten Halbzeit einfach bis zum Schluss, bis sie sich belohnt haben, immer wieder versucht haben, das Tor zu machen, sich unterstützt haben, sich gepusht haben. Und ja, also ich bin im Endeffekt nachher mit dem Ergebnis zufrieden und auch auf Grund der zweiten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit mit dieser Leistung zufrieden. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit klar dominant und tonangebender Mannschaft waren. Wenn man sich mit dem gegnerischen Trainer auch unterhält, sagt er auch, bestätigt, dass wir in der ersten Halbzeit klar, wir haben nicht eine Torchance zugelassen vom Gegner. Darüber hinaus hatten wir selber relativ viele Anzahl an Torchancen. Und dann ist es so, dass man Ausbildungsmannschaft ist und man muss schauen, dass man alle Jungs auf dem Platz kriegt und allen die Möglichkeit gibt, mich dort zu überzeugen. Und das machen wir nach wie vor. Also da sind wir auch sehr zufrieden. Ich bin jetzt zwei Jahre U23-Trainer, jetzt im dritten Jahr. Und wir haben in den letzten zwei Jahren drei Spieler aus der U23 einen Profivertrag unterschrieben. Da denke ich mal, sind Wim Soll. Ein Spieler, der heute gar nicht dabei war, der bei uns im Kader ist, Florian Carstens, war mit im Trainingslager und hat sich so gut präsentiert, dass er zu dem Spiel nicht mit durfte, was auch schön ist für den Jungen. Und ja, also das ist, wir haben zurzeit eine gute Quote und wir wollen, das bestätigen die Quote. Und klar, umso mehr, umso besser, wenn wir noch mehr produzieren nach oben, umso schöner ist das. Ich glaube, dass wir uns nicht über den Tabellenplatz definieren, wir als Verein, sondern wir haben uns ja ganz groß eine Fahne geschrieben, sehr gute Durchlässigkeit zu haben. Und ich glaube, dass wir einer der wenigen U23 in Deutschland, weil das die drei Profis gemacht hat im letzten Jahr mit Sidney Friede, Moris Czovic und Maxim Pronitschew, somit, dass der Weg über die U23 zu Profis immer vorhanden ist. Und das ist etwas, was man den Jungs Tag für Tag erzählt. Und es ist schon wieder aber Vergangenheit, sondern wir müssen wieder die Ärmel hochkrempeln, neu suchen, somit, dass wir in dem Jahr auch etwas dem Fall anbieten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.